Aaaaaaah Hahaha Vor allem was der für Spacks macht Der ist gleich kaputt Der ist doch einfach Warum haben wir eigentlich Angst vor dem... Aua! Aua! Kommt der runter! Aber warte nicht, dass wir den in der Luft töten Wenn es da... oder? Wie droppt der das? Ey der braucht nur noch einen Schlag Komm mal her du! Warte 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 der ist gerade über nix Ja der darf nicht, darf das nicht droppen Über nix Der Maul über nix Bin ich nix Du Affe! Also bei mir ist er tot Also laut Bei mir lebt er auch noch Ja! Oh! Oh! Bauer! 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 Wuuu! 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 Jawoll! Boah alter wie viel Level ich bekommen hab Bin Level 47 Bin 69! Level 69 54 54 Guck mal da oben ist das Ei! Krall dir das Ei! Wo ist das Ei? Da oben rauf! Wir können jetzt einfach die Endwelt löschen und einfach wieder hier reingehen Ah und da würde man jetzt wieder zurück kommen ne? Wo ist das Ei? Hier oben! Ich hab das weggehauen Wie? Hast du das nicht? Du hast das nicht im Inventar? Ja dann ist es in das Portal gefallen Ich hab das gehauen Ja vor allem das ist äh Dingens wie heißt das Einzigartig Findest du in einer Welt nur einmal Ne ne Das ist hier drinnen Das liegt hier drinnen Aber du kommst da nicht mehr dran weil da Portal da ist Cool Voll geil Direkt mal reingehen Oh jetzt kommen die Credits Die super wichtig sind Warum gehst du rein? Wollten wir nicht farm? Wo dann steht ja ich kann ja wieder reinkommen Da steht vorher ein Team Drei Leute Ich setze jetzt mal den Kürbiskopf ab Wow Jetzt wird gehackt Komm Ich zerhack jetzt auch Oh warte ich muss das normale Schwert anziehen Komm her Das normale Schwert Was ist denn los? Was das lustig ist? Weißt du? Ich hab gar keinen Trank genommen Ich hab nur einen Strank Keinen Jürgen hab ich das grad völlig außer Acht gelassen Egal Hauptsache da Ich zieh's aber trotzdem an Feuerdingen an Das Ei ist weg Ja Feuerdingen OP man Super geil Ey aber was bochtet der sich denn überall rum? Komm her Du bist ganz viele andere rum von denen Dann bochtet sich alle hier rum Mit dem Feuerschwert oder was? Ja Boah der darf mir nicht jure hauen Hahaha Wup 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 CAP Ich hab' mit Lockback 2! Oh nee, Lockback 2 Verzauberung! Boah, wie die sich hier rumporten, ne? Ich hab' die ersten Perlen gekriegt. Ey! Der kommt von überall! Oh, ist das gut, Alter, wenn die sich hier alle rumporten. Perlen gekriegt. Boah, vor allem, wie viele von denen einfach hier sind, ne? Oh, Erfahrung! Boah, die Geräusche, ne? Hier sind so unfassbar viele von denen. Ja, ich hau' alle! Ja, ich hau' auch alle! Bin egal! Wie das aussieht, ne? Richtig gut! Oh, Perle bekommen! Boop, boop, boop! Boop, boop! Boop! Boop, boop! Boop! Boop, boop! 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 Das ist eh, das stimmt, das ist das Geilste. Ey, was ist denn mit dir? Vor allem die sterben dann ja auch irgendwo, ne? Ja, egal, echt egal, die Lanker hat einfach random irgendwo EP rum. Jaja, wegen dem Feuerding. Er portet sich da unten irgendwo hin. Na hier, geh mal da runter. Boah, das Geräusch mit diesem Schreien, ne boah. Richtig übelhaft, ey. Hey, süpft! Ist das alles gestört. Ich sehe jetzt immer alle so Angeschlagene. Wir haben einen Schlag brauchen zum sterben. Ah ja, da, hab ich gerade auch gesehen. Da ist wieder EP. Ja, noch mehr EP. Wir haben hier so wenig Schleppe gerade. Lohnt sich voll, ne? Ja. Also, der Ender... Uah! Oh, boah! Zwei Stück direkt vor mein Gesicht. Ja, bei mir jetzt gerade auch zwei Stück. Ja, ich finde aber, der Ender Dragon, der war jetzt echt nicht heftig irgendwie so. Ne, ich hab nix drauf, ey. Ich hab auch gedacht, der wär heftiger. Ja, ich weiß nicht. Was wollt ihr jetzt hier fahren? Die Augen? Die Ender, Dinger, ja? Ja. Wozu? Wozu? Hör nochmal. Das ist voll fun. Hör mal, du kannst doch einfach so da rein. Ja, aber kein Ender Drache mehr, oder? Ne. Wow! Ne, dazu... Ne, dazu... Dazu musst du einfach nur die Endworld aus dem Ordner löschen. Also, ich muss die vom Server löschen. Ja, mach mal nochmal irgendwann, würde ich sagen. Du bist ja ammaßen entschieden, oder nicht? Ja... Was haben wir davon? Ach, wie... Nur so... 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 80 Level. Ja, aber ob wir... Weißt du... Mach den irgendwann da nochmal alleine einfach. Ist ja... Ist ja nur so ein Zeitfaktor. Ob wir jetzt 8 Stunden Quarz farmen, oder... Weißt du? Oh, Nasen-Aids hoch 8, ey. Ja! Ja, ja! Greifen mich, ihr ganz Terroristen! Rasten die richtig aus! Titi wird verfolgt! Echt? Ja... Ey, geh mal weg, du Assi! Halt bloß auf, ey! Oh, ist wieder einer gestorben! Endstone! Oh, sie schwamm! Haaa! Bonn! Guck mal, das brennt! Ah, das ist dein Pfeil! Aufpassen, Seppte! Boah, auf mich zu haaren! Hahaha! Wie das hier abgeht, ey! Ich fiel mir von den Epileptischen, ey! Oh, oh! Boah, wie viele sind denn da noch? Oh! Vorsicht, ey! Vorsicht, Michael, Alter! Da kannst du runterfallen! Jaaa! Ah! 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 Sohn! Ah! Ah! Phoah! Das ist so hart, ne? Hahaha! Ich fiel mir einfach rum, springen, ne? Hahaha! Ja. Voll gestört. Boah, da kommt einem so vor, als würde gar keiner von den Sterben. Ja, ist... Und die sterben und spawnen einfach neu. Ey. Boah, hier ist eine ganze Versammlung, Alter. Boah. Boah, Alter. Die versammeln sich immer wieder irgendwo. Boah, so richtig heftige Versammlungen feiern, die hier Weihnachten oder so. Dann komm, den einen Level hole ich noch und dann hau ich ab. Voll Schwachsinn, ey. Boah, in den einen Level, der dauert so lange. Was hast du denn jetzt? 61. Boah, ich hab 69. Boah, auf uns zu schreien, Peanut. 100. Oh, nee. Vor allem, ich hab grad voll die chillige Musik so, weißt du, so ganz so Blümchenmusik irgendwie an. Boah. Und bin hier dick im End und kämpf gegen so Wahnsinnige. Boah, wie viele hier sind, Alter. Boah. Was am Lungenende, man. Ey, das ist so verhaltensgestört, ne? Oh, da bist du ja wieder. Was zu essen. Boah, meine Rüstung ist schon, boah, so weit runtergegangen durch die Kacke jetzt hier, ne? Lass mir die Türme abbauen. Boah, scheiße, meine Rüstung, Alter. Ja, genau, Obsidian-Türme. Voll easy. Schau mir hier mein Zuhause hin. Ich glaube, ich nehme jetzt echt noch so ein bisschen Stein mit. Das ist so behindert, immer ein Schlag und dann... Den ganzen Tag nur am rumporten. Ja, würfst du das eigentlich nicht mit Feuerschwerter machen. Das ist halt lustiger, weil da taucht auf einmal, wenn er welche auf. Wollen dich kaputt hatten. Wollen wir wie viele hier sind, ne? Boah! Nein! Ah! Er stirbt da schon wieder. Die hat mich fast nach runter gehauen. Aua. Oh, ich schau ab. Das heißt kein Bock mehr. Obwohl Paras, wenn ich dich nicht treffe, weißt du, dann fortnest du dich so wie nach oben. Hau ab! Da ist der Runa gefallen. Schrei doch mal. Wie ärgerlich, dass das Ei jetzt weg ist. Ja, das ist echt ärgerlich. Ja, aber wie gesagt, bringt das ja eh nichts, das Ei. Äh. Wo ist die Credits? Da kommen schon wieder die Credits. Ja. Hallo, ihr Ender. Man kann da immer wieder reingehen einfach, ne? Ja. Ja. Kann ich ja noch irgendwann mal Steine farben. Ab nach Hause, Slash Home, so. Jetzt sind wir in die super geordnete Kiste. Ich will jetzt auch mal Credits haben. Ich weiß noch nicht mehr, wo das ist. Fangen wir einfach mal alles da rein. Ist ja egal. Ich habe keinen einzigen Trank gebraucht. Keinen. Gebraucht hätte ich die wahrscheinlich auch nicht, aber ich habe sie einfach benutzt. Ich habe nicht gerade irgendwo alles vollgeklatscht einfach mit dem ganzen Zeug. F. Äh. Tschüss Endermänner, ihr seid scheiße, ich hasse euch. Bäh. Ich hieb mich. Ich kann das nur einmal herum und sammle nochmal die EP auf. Geil. Dann ist Jutz. Minecraft. Das ist Level 50. Minecraft zu Ende bei mir. Minecraft durchgespielt. So, wir haben jetzt durchgezockt, Freunde. Jetzt erst mal zwei Bücher verzaubern mit Knockback 2. War dann auch das Ende vom Together. Wir sehen uns nie wieder. Tschüss. Tschüss. Kann ich das irgendwie wegdrücken, das Ende? Ja, Escape. Ah. Watt, wo spawn ich denn? Ja, da wo der normale Spawn eigentlich ist. Wut. Ey, da ist ja so ein Achmed mit seinem Punch 500 Taus auf dem Bogen. So, jetzt erst mal ab nach oben. Ab in den Urlaub. Ja, Knockback Verzauberung. Ich freu mich. Ab in den Urlaub. Das ist voll gut, man. Buch Nummer 1. Effizienz 4. Okay. Okay. Du musst das so machen wie ich. Effizienz 3. Ja. Du musst einfach nie, 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 nie wieder was verzaubern. Du bist dumm, Junge. Du richtig dumm. Das ist so verschwendete EP, aber richtig übertrieben. Ja, verschwendet ja nicht, wenn man es eh nicht braucht. Ich habe ja das Style und so. Was ist denn, was ist denn, wenn du dir einfach mal eine Schere machst mit Unbreaking 5? Ja, geht ja nicht. Würde ich sofort machen. Nee, das geht nicht. Ja, keine Ahnung. Kann man Scheren verzaubern? Weiß ich schon nicht. Ja, ich glaube, das geht nur im Creative Mode. Da haben wir keinen zugesehen, alles verzaubern. Ja, ja klar. So, dann wollen wir mal die Büchers wegpacken. Ich habe das schon einen Feieraspekt höher. Weil ich könnte ja jetzt rein theoretisch mal im Creative gehen und den Bedrock abbauen und gucken, ob das Ei dann da unten runterfällt. Ja, mach mal. Wollen wir mal machen? Ja. Was brauche ich jetzt? Jetzt habe ich Effizienz 1, 3 und 4. Aber warte, 2 habe ich auch. Ich habe 1, 2, 3 und 4 jetzt als Buch. Wie gut ist das denn? Nee. 3 mal Knockback 2. War nicht? Äh, äh. Komisch. Ja, das Ding habe ich auch noch nicht fertig gebaut. Eine Zeit, in der die Zeit geht. Nicht ein Land vor unserer Zeit. Ein Land. Eine Zeit vor unserem Land. Eine Zeit vor unserem Land. Was ist los, Mitchell? Äh, wie heißt das denn? Wir hören dich. Du Wolke der Sonne. Man kann das auch nicht schieten. Von Enderman. Ja, aber man kann das Ei nicht schieten. Was? Klar. Kann man das nicht? Ne. Ja, bestimmt über, ähm, über Slash Ei, aber, also über WorldEdit, aber über... ...